Was ist das Kind, das unschuldige Kind, so wie in unserem Muladhara-Chakra, gibt es auch bei C.G. Jung nicht nur das Kind, das unschuldige Kind, sondern auch das Heldenkind. Und das Heldenkind ist praktisch so ähnlich wie Shrikal Tikeya, der die göttlichen Herrscher anführt als Commander-in-Chief. Und auf diesem Aspekt kann man natürlich auch meditieren mit Musik. Es gibt einen schönen Akkord, der verbindet das Right Muladhara mit dem Center-Navi und dem Front-Argner. Das ist eigentlich der Klang des Agnya, des Front-Argner, aber es ist sehr interessant, dass hier verbunden wird Shrikal Tikeya mit Jesus und Sri Vishnu. Also die Verbindung von Sri Vishnu und Sri Maha Vishnu ist natürlich da sehr stark. Auch, ich meine, das Navi ist ja auch Void, das heißt die Zehn Gebote von Moses, die Zehn Gebote von Jesus. Und Jesus und Karl Tikeya ist natürlich auch eine sehr starke Verbindung. Und diese Tonkombination können wir singen als Sa, Ga, Da. Sa, Ga, Da, Sa, Ga, Da, Sa, Ga, Da. Und die Musik, die Shrikal Tikeya ausdrückt, ist natürlich ein bisschen flotter, also keine ruhige Meditationsmusik. Aber wir können einfach mal auf dem rechten Muladhara meditieren und ich werde versuchen, diese Katikeya-Musik zu spielen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Also besonders, wenn es spezielle Negativität gibt, wo man Shrekati Kea bitten möchte, sie zu zerstören, dann finde ich diese Musik immer sehr passend.